Ich bin Amelie, ich bin jetzt seit zwei Jahren bei uns in der Physiotherapie. Wir schauen, dass die Leute wieder schmerzfrei werden oder eben wieder am Leben besser teilhaben können, egal ob das jetzt der Rückenpatient ist oder ob der Schlaganfallpatient, gehen wieder erlernt. Und das Schöne bei uns in der Arbeit ist eben dann auch, dass einfach die Leute ja wieder ins Leben zurückfinden und endlich mal wieder Erfolgserlebnisse haben, das erste Mal sich wieder schmerzfrei bücken können oder wieder Treppensteigen erlernt haben und das ist natürlich dann teilweise sehr emotional, aber man ist einfach mit ganzem Herzen dabei.